hallo und somit herzlich willkommen bei ready or not vielleicht ja dumm, mal schauen und somit herzlich willkommen zu diesem nissen spiel, denke ich zumindest ich habe es bisher noch nicht wirklich gespielt ich habe nur kurz mal hier mich umgeschaut im hauptquartier wie man uns schlecht erkennen kann spielt das ganze in amerika wir sind ein einsatzkommando beziehungsweise swat einheit das ganze kann man im single player spielen wie auch im multiplayer leider kenne ich niemanden der das spiel auch hat von daher müssen wir uns vorerst mit dem single player zufrieden geben aber ich würde sagen wir schauen uns mal an was alles hier so geht los sueños life in los sueños is unforgiving and the sidewalks are littered and with the tents of the homeless people homeless and people claimer for money to keep themselves of the street criminal activity is at all time high das leben in los sueños is englisch in deutsch übersetzen schwierig egal die bürgersteiger sind mit voll mit hock mit man mit obdachlosen leute kämpfen um geld damit sie sich damit sie nicht auf der straße leben müssen die kriminalität ist immer hoch und jetzt können wir uns offensichtlich hier etwas aussuchen keine ahnung wo wir starten test level location test level this level rocks in my opinion really want to turn into something vision ich würde sagen wir starten erstmal low income developments twisted nerve the detectives have been following a new lead to locate source of methamphetamine surge in los sueños tracing a potential affordable housing development in 213 park okay barricaded suspects your team number one priority is rescue civilians and detaining suspects rules of engagement are strict don't kill unless an officer or a civilian is let's go mal schauen ob ich das ganze hier rocken kann oder nicht waiting to deploy okay ah gut man sollte vielleicht verstehen was man machen muss ich hoffe es kommt gut raus mal schauen spring for players echt ich aber ich wolle doch das ganze in aber ich wolle doch das ganze in ist das jetzt das ding bei oder den ich ich glaube schon bring order to chaos, rescue all civilians, locate crystal meth package, locate crystal meth package, arrest two suspects oh ok, man kann sich lernen, reloading ok die kamera von king, switch view auf meine 6, auf mich roger, ich komme zu dir sorry, es gibt hier irgendwie fast oh shit es gibt hier keine, äh was soll ich sagen ja, jetzt ist kein tutorial richtig, also, welche tasten kommen da sonst für was stack up, open, reach back stack up, mirror, mirror für kontakt roger das got the mirror, hier okay, schon, ich sieht man aber ich höre jemanden dann open clear through the door and clear door is unlocked moving they're here hands up now, drop your knees get on the ground, now let's stick out reach kick flashlight deploy flashbangs deploy flashbangs dann ist auf jeden Fall in der fast go 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 drop your weapon and get your hands up above your head drop it drop your weapon oh shit got it get down i wanna see hands oh shit police hands up police hands up oh shit oh shit oh shit oh shit jemand schonmal unnötig killed und die andere Person die andere Person hat mich angeschlossen, von daher musste ich sie erschießen der Suspekt ist geschlossen talk to entry team copy that entry team, you did your best proceed with mission Alter, ich bin jetzt schon angeschlagen, wie weiss nicht was Hands up, up up your head get on the ground, now talk to high ground affirmative entry team uh left chief use the mirror check for targets absolutely okay he is clear he's got a trap by the looks of it suspect in sight okay eine Falle haben wir hier great ähm breach mit C2 clear C2 flashbang it and clear it let's knock this door down let's knock this door down sit now police get down put your hands up hands up 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 your head hands up hands up okay er hat sich ergeben police hands up zum Glück zum Glück uh fuck Suspekt ist police police get down talk to high ground uh copy entry team proceed with mission ja gut die kai ist wohl nicht so schlau irgendwie im spiel hands up hands up 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 your head nice c2 office ist schon down alte wieso cool down on your knees down on your knees get on the ground now put your hands up me jeez fuck uh uh oh boy provide support on me roger coming to you arrest him civilian contact taking care of it now get your hands off me oh my god get your hands talk to element great work entry team get on the ground now okay okay save door is locked okay okay you failed your objective collect what you can report to talk for debrief gut ähm ja lief gut für die erste folge würde ich sagen nice kann man machen 2 office is dead inklusive mir auch ja es ist gut wir haben es kapiert ähm somit würde ich sagen das war es erstmal für diese folge wir sehen uns gleich wieder in der nächsten folge von ready or not äh lief wirklich sehr schlecht vielen dank fürs zuschauen bis zum nächsten mal Tschüss